Wir führen sonntags wie immer on Tour. Wir gehen vom Fußball nicht weg, sondern wir gehen ins Geschäft der Sportdirektor und sportliche Leiter und zwar am TUS 08 Langer Wehe zum Autoteiler Reinhardts Sportpark. Da sind wir lange nicht mehr gewesen. Jetzt sieben Spiele unter einer neuen Führung, unter Dirk Kaltbrengner. Davon fünf gewonnen, eins verloren, ein Unentschieden. Was will man mehr? Wir wollen nicht über den Fußball von heute sprechen, sondern über die Zukunft von Langer Wehe und begrüßen dort den sportlichen Leiter Michael Hilgers. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Jochens, guten Abend. Hilgers, die letzten Tage oder letzten 14 Tage, viele Schlagzeilen aus Ihren Reihen vom TUS 08 in Sachen Zukunft. Da staunt man, was sich da jetzt alles bewegt mit Dirk Kaltbrengner vorne in der Spitze als Trainer. Man sieht es auch im Spiel. Fünf Gewonnene, ein Unentschieden, ein Verlorenes und die Tendenz ist weiter positiv nach oben. Wo wollen Sie mit Ihrem Verein nun in die Zukunft finden? Wenn man schon die Neuverpflichtungen sieht, da wundert man sich ja nicht, dass man vielleicht die nächste Saison Richtung Landesliga äugelt. Erstmal freut es mich, dass wir momentan wieder positiven Fußballergebnisse erzielen. Das ist nach der Hinrunde auch bitter nötig. Also wir waren absolut nicht zufrieden mit der Hinrunde, haben das natürlich auch in der Winterpause analysiert, zu gucken, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, was müssen wir verändern, um mit dem erfahrenen Trainer Dirk Kaltbrengner auch wieder positive Schlagzeilen schreiben zu können. Das gelingt uns bis jetzt ganz gut und für die Zukunft, klar, wir haben Ambitionen, aber ich möchte erstmal nur erfolgreichen Fußball sehen. Ich denke jetzt nicht an die Landesliga schon oder möchte unbedingt aufsteigen, sondern einfach nur, wir wollen erfolgreichen Fußball spielen, wir wollen dominanten Fußball spielen. Und wenn wir diese zwei Komponenten auch spielen wollen, werden wir auch Erfolg haben. Und Erfolg heißt natürlich auch, dass wir oben angreifen wollen, ganz klar. Ja, Sie haben aber immer vor Monaten immer davon gesprochen, Ihren Verein, Ihre Mannschaft zu verjüngern. Aber wenn man die Neuverpflichtungen sieht, zum Beispiel Kevin Zander und Marc Wollersheim zum Beispiel, zwei Garanten, die ja schon mehr als Landesliga-Erfahrung haben, unter anderem, dann deutet sich doch da eine gewisse Änderung in der Marschrichtung, oder? Nein, definitiv nicht. Nein, absolut nicht. Ich sehe Unlanger Wehe immer noch als Ausbildungsverein. Wir haben einen Altersdurchschnitt von etwas mehr als 22 Jahre aktuell. Aber klar, wir wollen mit erfahrenen Spielern die Hierarchie der Mannschaft ein bisschen verändern. Und wir brauchen auch in gewissen Situationen Erfahrung. Das haben wir dieses Jahr auch gemerkt, dass uns, wenn die erfahrenen Spieler wegbrechen, verletzungsbedingt, schichtbedingt, dass wir ins Schwanken gekommen sind in der Hinrunde. Und deswegen haben wir einfach ganz klar gesagt, wenn natürlich zwei Spieler wie ein Zander und wie ein Wollersheim bekommen könnten, dann schlagen wir zu. Und dann wollen wir auch natürlich mit den beiden auch Erfolg haben. Ja, heute unter anderem Erfolg mit Lothete, Briem, Teidig und Teichert. Auch, sag ich mal, gestandene Leute. Sind die weiterhin für Sie, sag ich mal, auch für die neue Saison schon verpflichtet? Ja, wir sind relativ weit. Also wir haben unsere Planungen fast schon abgeschlossen. Wir haben früh angefangen. Das ist natürlich dann meine Aufgabe. Ich habe in den letzten anderthalb Monaten, zwei Monate fast im Sportheim bei uns in Langer Wehe gelebt. Weil, ja, Sie wissen selber, 27 Gespräche mit den jetzigen Spielern, teilweise sogar mehrmals. Das dauert meistens eine Stunde. Und dann wieder mit Neuzugängen sprechen, überzeugen, versuchen zu überzeugen, nach Langer Wehe zu kommen. Das ist alles sehr, sehr zeitintensiv neben der Familie. Dennoch, ja, ich mache es gerne. Und, ja, wir wollen mit Langer Wehe weiterkommen. Das ist unser nächstes Ziel, ganz klar. Also doch, sag ich mal, so ein Liebäugelsmann in dem Autozeile Reinhardts Sportbarks mal vielleicht mit einer Landesliga ein bisschen im Angriff? Ja, wir greifen. Wir wollen erst mal erfolgreich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, erfolgreich im Fußball spielen. Ich sage jetzt nicht hier ganz klar, wir wollen angreifen. Natürlich hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Aber das machen wir intern. Wir arbeiten intern die Pläne, die Saisonziele mit der Mannschaft aus. Und ich werde jetzt ganz klar nicht sagen, wir wollen aufsteigen. Das mache ich nicht. Ja, ist auch ein bisschen früh noch. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Aber, sag ich mal, wenn man sich den Kader anschaut, hat man doch gewisse Ambitionen, vielleicht auch in der Bezirksliga unter die Top 3 zu kommen. Klar, erst mal das erste Ziel ist jetzt erst mal die Saison vernünftig zu Ende bringen. Wir haben ganz klar ein Ziel ausgearbeitet vor dem ersten Rückrundenspieltag. Wir haben sogar einen Vertrag mit der Mannschaft gemacht. Welche Ziele wollen wir erreichen in der Rückrunde? Und ja, das sieht sehr, sehr gut aus bis jetzt. Wenn die Ziele erreicht werden, gibt es eine große Party am Ende der Saison und einiges an Freibier. Weil wir schon, ja, wir haben einfach die Hinrunde vergessen. Wir gucken uns nur noch die Rückrundentabelle an. Wir gucken unsere Ziele, die wir gesetzt haben mit Punkten. Und das ist erst mal das Wichtigste. Ja, und dann gehen wir erst mal in die ganz kurze Sommerpause. Es ist leider ja nur eine ganz kurze Pause in diesem Jahr. Und dann greifen wir an nächstes Jahr, ganz klar, natürlich. Aber wir wollen jedes Spiel erfolgreich machen. Deswegen, ich hasse es zu verlieren, der Kalkbrenner hasse es zu verlieren, die Mannschaft hasse es zu verlieren. Und deswegen wollen wir so viel möglich gewinnen, ganz klar. Da muss man sagen, Sie als Amateurverein, als nebenberuflicher sportlicher Leiter, sind Sie ja schon viel weiter mit den Vertragsabschlüssen wie Mannschaftverein in der Regionalliga. Ist ja sehr interessant. Wie sieht es denn aus, der Kader? Wie groß soll der Kader denn werden für die neue Saison? Wir haben da eine ganz klare Struktur aufgebaut. Wir wollen 22 Spieler haben, vielleicht auch 23 Spieler, inklusive zwei Torwächter. Und dazu wollen wir 3a-Jugendliche die Chance geben, bei uns mitzutrainieren, kontinuierlich und auch Fuß zu fassen in der ersten Mannschaft. Das machen wir jetzt schon. Also 3a-Jugendliche sind wir auch froh aus unserem eigenen Juniorenbereich, dass die hochgekommen sind und dass sie sich bei uns beweisen und auch schon gut einfügen. Wir spielen aktuell dann Spielpraxis in der zweiten zu bekommen. Das klappt alles so und da arbeiten wir gerade dran. Nochmal zu Schluss die Frage Transfers. Alle abgeschlossen oder ist noch was in der Reserve, wo man daran interessiert ist? Ja, wir warten noch auf eine Rückmeldung und dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Man weiß aber nie, was sich noch tut. Das wissen Sie selber auch. Es ist gerade eine ganz heiße Phase. Wir sind ganz, ganz relaxt, weil wir unsere Hausaufgaben relativ früh gemacht haben. Andere Vereine sind da deutlich später dran. Den Vorteil haben wir auf jeden Fall gezogen. Sie haben ja schon gesehen, welche Neuzugänge veröffentlicht worden sind. Diese Woche werden auch nochmal drei veröffentlicht. Und dann gucken wir mal, was sich noch tut. Wie gesagt, wir sind total relaxt und müssen nicht mehr aktiv werden, in Anführungszeichen. Sondern wir haben eine gute Mannschaft in der nächsten Saison da stehen auf dem Papier. Ja, aber ganz, ganz wichtig ist es erstmal, die ganz vielen Neuzugänge zu integrieren, in unseren Kern von Langer Wehe zu integrieren. Die Werte von Langer Wehe auch mitzugeben, weil wir haben da ganz, ganz klare Strukturen. Und da muss jeder reinpassen. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch und euphorisch auch, dass wir in der nächsten Saison den nächsten Schritt machen werden. Michael Hildegers, sportlicher Leiter von TUS09 Langer Wehe. Und vielen Dank für das interessante, informative Gespräch und alles Gute für die nächsten Spiele. Super, Dankeschön.